Ecker ist ein sicherer Arbeitgeber, ein super Familienunternehmen und ich bin stolz darauf, bei Ecker arbeiten zu dürfen. Mir gefällt eigentlich die Schichtarbeit deswegen so gut, weil man viel Freizeit hat, auch unter der Woche, und weil man es gut mit der Familie alles vereinbaren kann. Und der positive Nebeneffekt ist natürlich eine gute Bezahlung. Ich finde es total super, dass man als Quereinsteiger hohe Aufstiegschancen hat. Ich habe ganz viele verschiedene Arbeit gemacht, aber hier in Österreich habe ich im Gastgewerbe gearbeitet und im Handel. Alle beide waren so ein bisschen stressig. Ich lebe hier in St. Johann schon acht Jahre und habe ich wirklich von der einheimischen Menschen ganz viele gute Sachen von der Eckerwehr gehört. Ich bin der Andi, bin 20 Jahre, bin beim Ecker seit 2021 und bin im Schichtbetrieb tätig. Gelernt habe ich Elektrotechniker. Also ich mit technischem Hintergrund habe ein bisschen Vorteile, aber man kann als Quereinsteiger das alles lernen und hat super Aufstiegsmöglichkeiten und Chancen. Man macht natürlich Nachtschichten und da gibt es gute Zuschläge. Also jedes zweite Wochenende ist man tätig im Vierschichtbetrieb und da kriegt man auch Zuschläge, also Feiertagszuschlag, Sonntagszuschlag, Nachtzuschläge und die lässt der Ecker gut zahlen. Ich habe im Gastgewerbe gearbeitet und im Handel gearbeitet und mein höchster Lohn in den beiden Berufen war nicht so viel wie hier meine Anfangslohn. Zum Beispiel hat man einen Werksbus, den bezahlt Ecker, also du bezahlst nur 15 Euro im Monat und du wirst mit dem Werksbus hergebracht und heim und zu jeder Schicht natürlich. Bei Ecker wird Arbeitssicherheit ganz hoch gelebt und Ziel und wichtig ist, dass jeder Mitarbeiter am Ende des Tages gesund haben können.